Nachrichten aus Nord Equestria! Äh, eure Hoheit! Ja? Ich soll euch einfach ausrichten, dass es zurückgekehrt ist. Ah! Sag Prinzessin Cadence und Shining Armor Bescheid! Ja, eure Hoheit! Meine liebste Twilight, du musst sofort nach Cantalot kommen. Nachrichten aus Nord Equestria! Äh, eure Hoheit! Ja? Ich soll euch einfach ausrichten, dass es zurückgekehrt ist. Sag Prinzessin Cadence und Shining Armor Bescheid! Ja, eure Hoheit! Meine liebste Twilight, du musst sofort nach Cantalot kommen.